so leute erst mal guten tag hoch ich hoffe euch geht es gut ich hoffe euch geht es gut und ist gerade noch ein bisschen zickig endlich mal wieder geiles wetter welches wir schon lange nicht mehr hatten ich glaube gestern war der erste tag wo so richtig trocken war heute endlich mal sonne ich weiß nicht irgendwie 24 grad oder so ich hatte schon echt entzugserscheinungen und motorraddepression oder wie man das nennt keine ahnung ja ich glaube zwei wochen gab es jetzt kein video oder vielleicht sogar drei wochen ich weiß nicht genau weil ich das schaffe hier hochzuladen aber naja so ist das manchmal ja irgendwie läuft dieses jahr alles nicht so wie ich mal anfang des jahres in einem video erzählt habe die ganzen pläne und so die ich hatte einiges davon ja habe ich nicht geschafft und werde ich auch nicht schaffen oder ich mache halt andere sachen aber das jahr ist ein bisschen verflixt würde ich sagen und ich habe weniger gestreamt weil ich den kopf nicht hatte dafür ich habe teilweise ja auch wenn ich die zeit und und das wetter gehabt hätte keine videos hierfür gemacht also ihr für euch einfach auch eine schöne halle weil ich den kopf dafür nicht hatte ja dann ein bisschen der mercedes gemacht und so und das video wurde von euch jetzt nicht so stark angenommen naja so ist das egal weiß ich gar nicht ob ich aber bock drauf habt wenn ich noch mal so ein paar schrauber sachen von der mercedes macht das wird ja irgendwie gefühlt gar nicht angeguckt jetzt fährt er erst mal und irgendwie ist komisch zu fahren gerade weiß ich bin lange nicht gefahren locker ein monat wenn ich sogar länger bin ich kein motor gefahren ich glaube das letzte mal nicht gefahren oder so gut wie das letzte mal als was thunderbike joker fest war das ist ja echt schon lange her ungefähr da bin ich das letzte mal gefahren ja in der zeit hat sich auch viel verändert bei mir privat zumindest über einiges kann ich noch nicht sprechen über einiges will ich gar nicht sprechen ja ich habe einen neuen job ich habe mich einfach mal nach langem quälen muss ich ganz ehrlich sagen ich habe mich sehr lange gequält im alten job körperlich mal ja mal nein aber der kopf hat sich gequält einfach wie soll ich sagen mangelnde wertschätzung auf der arbeit ich bin drei jahre hinterher gerannt wegen der lohnerhöhung die mir versprochen wurde und man musste mit kaputten materialen arbeiten mit kaputten maschinen und ja frisst oder stirbt so nach dem motto was sehr 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 schade war wenn ich weil wenn ich jetzt noch nur zwei jahre zurück überlege war es nämlich nicht so bis dahin war alles so war so ein schönes arbeiten dort wo ich vorher war und von jetzt auf gleich ja es fing ungefähr an als krone dann langsam kam und dann wurde so ein teil der führungsebenen ausgewechselt und da ich weiß nicht weil das letztendlich der auslöser war aber auch in der schicht und so hatten wir vorher ein sehr 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 gutes arbeitsklima auch wenn mal stressig war weil der vor mir schlecht aber auch hier richtig wenn man darf denn nicht schneller fahren als 40 ja hatten wir es richtig gut und auch da wurde es halt immer kniesiger würde ich sagen nicht weil man sich nicht mag oder so aber einfach weil wir komplett überfordert waren und da hatte ich einfach gar keinen bock mehr drauf andere dinge ist was mir schon ziemlich lange gestört hat aber das hat man so hingenommen der weite arbeitsweg ich bin jeden tag 50 kilometer hin und 50 kilometer zurückgefahren und wenn du dann frühschicht hattest und du willst dann ja hier am robert nach hause fahren dann hast du die arschkarte dann je nachdem welcher wochentag ist und ja spätestens freitags brauchst du zwei stunden zweieinhalb stunden nach hause und da hatte ich absolut keinen bock mehr drauf und deswegen habe ich mich dann einfach mal direkt hier also ich glaube näher an mein zuhause dran kann ich gar nicht arbeiten ich könnte theoretisch mit dem fahrrad hinfahren und bin jetzt zwei wochen da wir haben heute den zehnten achten ja zum ersten achten habe ich angefangen und erst mal bin ich natürlich begeistert weil alles ist anders alles ist sauber man steht nicht mehr im staub man steht nicht mehr im dreck im vergleich zu meinem alten job jetzt natürlich überall wo gearbeitet wird fallen späne muss ich ja niemand erzählen aber der erste eindruck ist auf jeden fall positiver als da wo ich aufgehört habe ich will es jetzt nicht sinnlos in den himmel doben ich muss erstmal meine zeit da meine erfahrungen machen und ja natürlich hat auch das finanzielle aspekt eine rolle gespielt ich erzähle euch mal was letztendlich der der letztendlich also der also eigentlich gab es natürlich viele dinge an meinem alten job die mich gestört haben zum beispiel der arbeitsweg ich wusste es natürlich vorher aber trotzdem war es natürlich auch ein weltunternehmen und es war natürlich ja vorher auch schönes arbeiten und wenn das arbeit schön ist und man mit den kollegen gut auskommt dann nimmt man auch mal eine strecke in kauf und ja dann weiß man auch schon die zähne zusammen wenn man ein bisschen länger nach hause braucht oder wie auch immer dann kann man halt über vieles hinweg sehen so dann wenn aber auch etwas versprochen wird was nicht eingehalten wird wie eine lohnerhöhung zum beispiel auch wenn es nicht viel gewesen wäre aber trotzdem ist das ja so ein bisschen anerkennung und wertschätzung die der arbeitgeber auch den arbeitnehmer bringen sollte und das ist absolut überhaupt gar nicht mehr passiert also das war jetzt die letzten jahre war es absolut gar nicht mehr egal wer dort aktuell noch arbeiten geht hat absolut keine lust mehr auf den bumsen laden da wird natürlich ziemlich schade ist und traurig ist und auch nicht gerade für den arbeitgeber spricht aber es ist halt aktuell so sehr 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 viele sind gegangen das sind aber auch immer so dinge die liegen halt auch mal im auge des betrachters wenn ich jetzt ich bin jetzt zwei wochen in der neuen firma und klar die belegschaft dort ist dreimal größer also wir reden hier von knapp 700 mitarbeitern oder so da hörst du auch ja der geht und da sind viele gegangen und muss neu eingestellt werden aber wenn man das passiert muss man auch die relation der größte war so im hinterkopf behalten aber egal auch da kommt es vor und auch da ist der ein oder andere nicht zufrieden ist halt auch immer so ein persönliches ding das heißt ja auch nicht nur weil ich jetzt unzufrieden mit meinem alten job war dass das jetzt jeder sein müsste der da noch arbeitet da wird es noch den einen oder anderen geben der dort gerne hingeht ich kann euch aber sagen dort wo ich gab es in der abteilung vor allem auch in allen drei schichten in dieser abteilung da ist die luft raus und ja auf die meinung der mitarbeiter um etwas zu verbessern oder zu reparieren oder was auch immer wurde jahrelang geschissen auf gut deutsch gesagt und ich erhoffe wir hier natürlich eine besserung ja und natürlich was ich eben schon angesprochen hat der finanzielle aspekt ich verdiene hier schon eine gute schippe mehr und dann fallen natürlich die spritkosten weg wenn man sich jetzt überlegt jeden tag 100 kilometer fünf tage die woche da kommt einiges zusammen jetzt habe ich nur noch ja sagen wir mal zehn kilometer hin und zurück also nur noch am tag 20 kilometer fahren anstatt 100 das ist schon ein ganz großer unterschied das war für mich auch so ein bisschen der ganz große knackpunkt das handy läuft geht noch alles fit hier handy halterung von shape hat sich auf jeden fall bewährt ich hatte die ja auch hatte ich die jetzt nach leipzig drauf alles was mir oben fehlt habe ich unten zu viel ich glaube ja ja nach leipzig hatte ich die auch drauf genau und die hat gehalten auf autobahnen auch bei geschwindigkeiten hat die so gehalten iphone hat keinen schaden genommen ich habe es jetzt immer drauf ich habe dazu ja ein video gemacht wie ich das ding drauf gebaut habe es ist ja dem preis entsprechend auch ja was kostet das ding 50 euro regulär und und in der video beschreibung da gibt es den link zu der firma wo ihr das kaufen könnt und da gibt es natürlich auch ein code mit scorpio szenen ja zehn prozent sind zehn prozent ich weiß nicht habe ich keine ahnung ob ich davon hat aber wenn ihr da bock drauf habt jetzt nicht für weiß ich die 150 euro oder was die ganzen anderen sachen kosten die mit sicherheit eine schippe qualitativ besser sind weil sonst wird es nicht so teuer sein und auch schöner der vorteil hier dran ist ich stecke das ding in diese hülle da rein und egal bei wind und wetter der regen und der dreck prallt ab fliegen prallen ab wenn ich mir jetzt überlege genau die halterung nur ohne diese hülle dann hätte ich die ganze fliegen was schon so an mein handy dran hätte ich gar keinen bock darauf denn die anderen sauber zu machen wie ich bei wie heißt das quad block ach keine ahnung die anderen teureren dinger klar hätte ich jetzt hier eine scheibe vor dann wäre mir dann auch natten aber fiel mir mal gerade so ein da wollte ich schon letztens ein paar mal was zu sagen aber irgendwie immer vergessen und stellpart hat mir noch eine halterung geschickt für fürs fahrrad ich hatte da mal vor auf jeden fall mal mit mountainbike hier so ein bisschen durch die gegend zu fahren ich muss ganz ehrlich sagen immer noch begeistert finden also ich bin zufrieden damit wenn das ding jetzt scheiße gewesen wären dann hätte ich das jetzt auch gesagt wie lange habe ich jetzt drauf einige monate und viertel jahr fast ein halbes jahr ich weiß gar nicht genau ich müsste dann jetzt echt gucken spielt auch keine rolle auf jeden fall habe ich schon mehrere tausend kilometer damit jetzt abgerissen und es hält immer noch das handy ist noch nicht flöten gegangen und deswegen kann ich das ding tatsächlich weiterempfehlen genau ich wollte ja noch was weiter erzählen jetzt habe ich aber vergessen wo ich an ampel aufgehört ab zu erzählen es gab wie gesagt mehrere punkte wo ich für mich gesagt habe irgendwann wirst du mir was neues suchen weil erstens der arbeitsweg die kosten zur arbeit zu fahren dann nicht die versprochene lohnerhöhung und kann man sich fairerweise auch sagen und das wisst ihr natürlich auch irgendwo dass ich so die in dem jahr wo meine nicht die gestorben ist auch das ein oder andere mal krank war aufgrund dessen ein jahr später kam der autounfall mit meinem ehemaligen freund ich sage bewusst ehemalig heute ist ja kein freund mehr von mir aber da habe ich ja mein da war ja mein knie kaputt das ist ja immer noch kaputt aber ich kann alles ich kann laufen und ich kann arbeiten und so ne das ist halt manchmal einfach schmerzhaft aber es bleibt halt jetzt aber da war ich halt auch sehr lange nicht da ja und das war dann halt so deren begründung genug ja dass ich da vorher vier fünf jahre ohne krankenschein und mit angebrochenen fuß und alles immer hingegangen bin hat die dann überhaupt auf einmal gar nicht mehr interessiert aber egal dann ist das jetzt halt so ich habe halt meine konsequenz erwarte genau bis ich die konsequenz gezogen hat ist ja echt viel passiert oder habe ich mir viel gefallen lassen sagen wir mal so arbeitsplätze wurden so ein bisschen geändert leute wurden abgezogen man muss doppelte arbeit mit der halben belegschaft machen so das typische was glaube ich gefühlte jeder größeren firma passiert ist als corona kam weil man hörte das dann von allen seiten und genauso ist es natürlich auch passiert und ja dementsprechend konnte man nicht mehr die die gewohnte qualität fahren die wir vorher hatten und damit war ich auch nicht einverstanden auch da zu viel lebensmittel weggeschmissen wurden hatte ich war mir auch so ein bisschen dorn im auge und andauern wird es angesprochen von allen von uns aber anscheinend war denn das scheiß egal bei denen war nur wichtig ob sich das rechnet oder nicht rechnet tja soll auch immer so ein ding ne ja und dann irgendwann habe ich habe mich halt immer öfters und immer mehr beschwert und das gespräch gesucht und irgendwann bin ich dann mal ich will nicht sagen ausgerastet aber ich bin dann auch zu einer vorgesetzten gegangen die dann da jetzt auch im büro saß und schichtführerin war und warte ich erzähle sofort weiter bin ich hier wenn die ampel ich habe keinen bock stehen zu erzählen es gab dann einen ganz bestimmten auslöser wo ich echt dachte jetzt verstehe ich die welt nicht mehr jetzt verstehe ich meine arbeitgeber nicht mehr ich bin dann könnte nachtschicht und ja wir mussten in den letzten jahren gefühlt ja doch in den jahren auch in den letzten zwei jahren mit immer mehr kaputt kaputten arbeitsmaterial arbeiten und so nach dem motto frist oder stirb du machst du jetzt oder hast halt pech mit kaputten anlagen und also dann auch mit zu wenig leuten und irgendwann ist mir dann mal die hutschnur geplatzt auf einer nachtschicht weil ich es auch einfach körperlich nicht mehr geschafft habe also es gab einen tag da habe ich einen job gemacht der sonst eigentlich klar man musste arbeiten aber es war nicht so dass du dich halt kaputt gemacht hast vorher und dann irgendwann fing es halt an dass du das alles alleine machen musstest und dann hast du es einfach nicht mehr geschafft du warst teilweise am dauer sprinten ich bin ich bin dann eine halbe stunde außer atem gewesen irgendwann auch klar wenn der nachtschicht hast und so weiter dann ist natürlich auch noch kreislauf und so weiter alles noch so kommt dann alles hinzu weil es ja körperlich mehr belastet und dann irgendwann ging es halt so weit ich hatte schmerzen der brust und so weiter das ist jetzt auch schon einiges her aber ich glaube ich habe auf instagram mal ein foto geladen wie ich im krankenhaus lag auf jeden fall zusammen geklappt und ja da haben sie krankenwagen gerufen und dann bin ich ins krankenhaus für den für den tag dann habe ich mich glaube ich ja danach ist gott sei dank nichts schlimmes gewesen war halt kreislauf es war halt einfach komplette erschöpfung komplette erschöpfung und ja da ging halt gar nichts mehr bei mir und ich bin eigentlich doch ein zäher bursche klar ich glaube natürlich spielt auch mit bei wenn man sich noch zusätzlich rein steigert wenn man sowieso schon geladen ist und wenn auch drumherum vielleicht privat auch einiges nicht in ordnung ist das sind alles faktoren die eine rolle spielen und wenn er dann noch auf der arbeit gehst und einfach total ja ausgebeutet wie es weiß nicht wie man das uns sagen soll irgendwann ist halt vorbei und da war halt der punkt das war da habe ich schon gedacht ja da kann es ja auch nicht mehr lange machen und noch nicht jetzt glaubt zwei drei monate später genau da kommt der punkt den ich vorhin schon erzählen wollte bin ich halt ins büro gegangen zu meiner schichtleiterin die eigentlich kann ich auf meiner schicht war aber die war halt diejenige die halt morgens nach der nachtschicht da so ein bisschen die leitung hatte und ab mir dann mal so ein bisschen von der seele geredet und habe gesagt ja wir kann euch sein dafür mit kaputten sachen arbeiten müssen mit zu wenig leuten und so viele maschinen die wir gleichzeitig bedienen müssen und hat funktioniert alles nicht wir waren vorher doppelte belegschaft in allen bereichen und also die kamera spinnt entweder die kamera oder die speicherkarte bricht andauernd ab die aufnahme jetzt die ganze zeit am probieren ich weiß nicht woran es liegt okay jetzt nimmt er erstmal auf dann kann ich ja versuchen weiter zu erzählen also war es dann so schlimm dass ich auch das gespräch gesucht habe auf der arbeit und ja mein frust mal so ein bisschen rausgelassen habe ohne jetzt respektlos zu werden aber ich habe auch gesagt das kann ich sein seit seit drei jahren renne ich okay warte ich muss erst erzählen dass wir hier seit zwei jahren seit corona zeit und alles drum und dran hier mit kaputten sachen arbeiten müssen und dass man keine wertschätzung mehr bekommt man komplett hängen gelassen wird ja von der kompletten firma von der führungsebene und so weiter das war alles richtig richtig scheiße endlich mal ein paar halis vor mir hier geil und ja das war so ein bisschen dann habe ich halt ausgelassen und da wurde mir auch noch gesagt ja das fühlt sich nicht besser an wir wissen dass alle fühlen das hier so und dass halt alle komplett unzufrieden sind ja dann wenn doch die wenn die firma da weiß dann versucht hat doch irgendwie zu ändern und das ist einfach nicht passiert wollen die auch nicht ja dann habe ich ja auch gefragt ich so oder gesagt ich so und da habe ich schon gar nicht mehr gefragt aber so seit drei jahren bettel ich hier um die lohnerhöhung die wurden hier zum wechsel 19 und 20 versprochen wir haben jetzt 20 23 ist so ja wie lange sollte jetzt hier noch warten und lang soll ich denn fragen und ja da habe ich dann auch gesagt ich so wir wollen irgendwann nochmal jetzt bald nachwuchs uns anschaffen so und da hat die vorgesetzten zu mir gesagt kannst du einfach ein paar bonbons mitnehmen um das kind zu ernähren und der spruch ging gar nicht und ich habe denn in dem moment klar habe ich den auch wahrgenommen aber das erste ein paar stunden später als ich dann von der nachtschicht nach hause gefahren bin habe ich erst mal so realisiert was die dafür für den müll erzählt hat und da habe ich für mich entschieden ich habe das meiner frau erzählen die sagte mark du musst da weg und genau das habe ich dann auch gemacht ich glaube an dem wochenende noch hatte ich meine bewerbung geschrieben etwas über eine woche später hatte ich dann schon eine einladung also ich hatte ein laden schon die ganze zeit so im sinn und im auge der nicht weit weg ist von mir wo ich auch das was ich gelernt habe ja auch ausleben kann und wie gesagt hatte ich dann die einladung zum bewerbungsgespräch ich hatte gott sei dank urlaub direkt am ersten urlaubstag bin ich dann dahin und es kam mir vor als würde ich die prüfung machen ich habe ich habe nur drei bewerbungen mein leben geschrieben und ich hatte dann ein vorstellungsgespräch wie gesagt ich habe in meinem leben drei bewerbungen geschrieben eigentlich vier als ich meinen vorigen job angenommen hatte ich auch noch zeitgleich woanders eine bewerbung geschrieben und den job hätte ich auch haben können also eigentlich vier geschrieben aber jede die ich geschrieben habe bisher habe ich auch die zusage bekommen deswegen glaube ich habe ich einen ganz guten schnitt ich habe zehn jahre da gearbeitet wo ich auch meine ausbildung gemacht habe bin dann woanders hingegangen da wo ich jetzt aufgehört habe weil ich dort einfach zu wenig verdient habe das war der einzige grund weil die mir da einfach nichts bezahlen wollten und das war wirklich sehr sehr wenig im vergleich zu auch jetzt schon vorher und auch jetzt erst recht das war gar nichts also da kannst du jetzt niemanden mehr mit der kennt sich selber noch nichtmals mehr füttern mit das war ein hungerlohn egal dort hatte ich schöne jahre dann habe ich dahin gewechselt wo ich jetzt aufgehört habe die ersten vier viereinhalb jahre waren auch super schön war richtig geiles arbeiten super kollegen ich habe auch den einen oder anderen kollegen mit dem der bleibt der kontakt ich habe dort zwei richtig gute freundschaften die auch auf dauer halten bekommen einmal ein etwas älteren herren der auch mit zu meinem besten freund mittlerweile zählt und wie so eine art onkel weiß ich nicht so als bester freund onkel mix sowas in der art und jemand anders in meinem alter der auch der schon vorart schon vor ein paar jahren in den sack gehauen als das anfing so bescheuert zu werden ist er öfters mit seinem camper unterwegs quer durch europa und macht weltreisen mit seiner frau so das sind so die beiden kontakte die auf jeden fall bleiben und auch wenn man sich nicht täglich schreibt oder täglich sieht das sind freunde die ich davon daraus gewonnen habe ja und halt egal das mal so am rande ich erzähle immer so ein bisschen durcheinander aber ich hatte irgendwie das bedürfnis das zu erzählen was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen? ähm ja egal dann hatte ich jetzt das Vorstellungsgespräch und das war das erste richtige Vorstellungsgespräch wo ich dachte das hast du verkackt ich weiß nicht warum ich war irgendwie aufgeregter als sonst und irgendwie vielleicht auch weil dieses Jahr bei mir sowieso alles nicht nach Plan lief und in meinem Umfeld und gesundheitlich vor allen Dingen auch bei dem einen oder anderen in meinem engsten Kreis zum Beispiel meine Stiefmutter Anfang des Jahres sonst so einen kleinen Schock sage ich mal äh ja hinterlassen der sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat und hier geht es auch gut ein paar Wochen kann man schon fast sagen hatte mein Vater bei dem Krankenhaus mehr oder weniger Routine aber irgendwo anhand der ganzen Symptome und so wusste da muss was mal am Herzen gemacht werden dann wurde es gemacht dann ist da so eine Arterie geplatzt und der wäre beinahe gestorben äh da war für mich echt so ein Punkt jetzt das kann nicht noch schlechter gehen und ein paar Wochen später ist noch jemand aus meiner Familie erkrankt und ich dachte jetzt ist vorbei dann ist vor kurzem ein sehr sehr guter Freund auch wenn der weit weg gewohnt hat und äh den ich auch aus meiner Motorrad Club Zeit kannte äh gestorben hatte Motorrad Unfall äh ich ich konnte leider nicht leider nicht zur Beerdigung gehen weil einfach alles zeitlich nicht gepasst hatte und auch mit dem neuen Job und so weiter und ich habe da richtig sagen also die paar Tage habe ich richtig war ich richtig fertig mit der Welt so weil ich habe irgendwie das Gefühl das hört sich komisch an wenn man das sagt und ich denke mal ihr kennt das auch da draußen ihr habt doch sicherlich Menschen die ihr favorisiert die ihr die guten nennt und dann habt ihr welche die für euch komplette Arschlöcher sind und denen passiert nie was die haben der Glück ist mit den dummen so kann man halt sagen und so ist das aktuell bei mir dieses Jahr komplett das Glück ist mit den dummen mit den Leuten denen du wirklich ich will nicht sagen du wünschst dir was Schlimmes ne also das jetzt nicht aber äh dass die Leute die halt ich glaube ihr wisst was ich meine ne und da habe ich halt dieses Jahr mega viel dran zu knacken gehabt und äh ja deswegen war ich vielleicht auch so ein bisschen wie soll ich sagen ängstlich will ich nicht sagen und vielleicht auch nicht ich gerade selbstbewusst will ich auch nicht sagen eigentlich bin ich schon sehr selbstbewusster Mensch im gesunden Rahmen ohne jetzt überheblich zu sein oder so das sicherlich gibt solche Momente auch die hat bestimmt jeder mal aber nicht wenn du also vorstellungs klar du musst dich halt gut verkaufen können und ich hatte halt das Gefühl das habe ich nicht gemacht und drei Tage später kriege ich die Zusage denke ich okay ja also ich war mir nicht sicher ne irgendwie fühlte sich das komisch an aber wahrscheinlich auch weil ich in dem Moment persönlich gerade geistlich zu 100% fit war und aktuell jetzt ist es auf jeden Fall wieder viel 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 besser vielleicht wird ja noch ein längeres Video weil so ein bisschen keine Ahnung bin ich euch auch so ein bisschen schuldig ich weiß das hat der ein oder andere schon mal öfters unter den Kommentaren geschrieben oder auch bei Twitch wenn ich mal nicht so regelmäßig momentan gestreamt habe dass man zu mir sagte ich wäre niemand eine Rechenschaft schuldig ähm das stimmt irgendwo aber andersrum ist mir der Kanal hier nicht unwichtig ich habe da jetzt das ist ja jetzt der dritte Jahr und ähm so die letzte Zeit ist das ja so ein bisschen hat das ja Zuwachs genommen hier und deswegen wenn ich euch was erzählen kann und auch wenn es ein bisschen privater ist aber ohne mich jetzt nackt machen zu müssen dann mache ich es denn ich finde schon dass ich euch das irgendwo schuldig bin es gibt so viele Kanäle die mit mir zeitgleich ja auf einmal da waren Motor Vlogs auch Harley Kanäle oder was auch immer und von heute auf morgen waren die weg ohne irgendwas zu sagen ohne irgendetwas und so einer bin ich auf gar keinen Fall und ich will auch nicht weg ich hatte jetzt einfach mal so ein bisschen Urlaub gebraucht sage ich mal das Wetter war sowieso nicht toll also von von daher war das so eine für meinen Kopf und Geist vielleicht so eine Win-Win Situation andersrum ist natürlich Motorradfahren auch sehr befreiend ähm aber selbst wenn mal geiles Wetter war und das das war ja auch hatte ich nicht so den Kopf dazu muss ich ganz ehrlich sagen die Gründe wüsste jetzt egal ich bin jetzt im neuen Job drin und ähm ich verspreche mir natürlich dass es positiver wird wir werden sehen bin einfach nur froh also wirklich das ist darüber denke ich auch oder also es fällt halt keine Ahnung wie man sowas sagen soll aber ich bin einfach nur froh dass ich so eine Frau an meiner Seite habe wie ich sie habe und äh da ist etwas in meinem Leben was ich zu 100% einmal komplett richtig gemacht habe das wäre jetzt nicht so dass ich nur Fehler machen würde in meinem Leben aber das ist etwas und ich hoffe ihr habt auch so eine Person in eurem Leben und äh denn genau so eine Stütze ist wichtig wenn man komplett alleine ist dann geht man unter ja Leute sobald jetzt wieder gutes Wetter ist vielleicht mache ich jetzt im Anschluss gleich das nächste Video wir werden sind ich muss mal überlegen gucken wenn die Kamera hält und was oder auch nicht ich habe so viele Themen ich habe ja eine Liste ihr wisst das ich schreibe mir so vieles auf und ich komme eigentlich gar nicht hinterher mit 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 Video drehen und bearbeiten anstatt also als als ich Ideen habe und Leute bleibt gesund haut rein guckt meine Videos Kanal abonnieren Videos liken und so ein Kram ihr wisst das wenn ihr mich unterstützen wollt dann macht das ich würde mich freuen aber ich freue mich sowieso schon wie es hier alles läuft und selbst wenn man zwei drei Wochen kein Video macht ist irgendwo jemand der mein scheiß guckt was mich wirklich freut und äh ja Leute dann sage ich wir sehen uns im nächsten Video und äh ja genau wir sehen uns im nächsten Video wir sehen uns im nächsten Video